Die Bedienung des Audio-Rekorders ist schnell erklärt. Einfach den Schalter umlegen, die LED blinkt fünfmal und die Aufnahme läuft. Legen Sie den Schalter wieder zurück und die Aufnahme wird gestoppt und gespeichert. Dieser Audio-Rekorder ist sehr klein und unauffällig. Sie können ihn zum Beispiel am Schlüsselbund, auf dem Tisch oder im Regal verwenden, ohne dass es jemand bemerken wird.